Liebe Delta Friends, morgen ist es soweit, der große Tag. Am 11. Mai gibt es die Wiedereröffnung von Delta Möbel. Ich freue mich natürlich sehr. Ich kann kaum erwarten auf einen Besuch, vor allem, weil ich kaufe es so gerne dort und ich habe schon eine Liste gemacht von dem alles, was ich brauche. Ich freue mich sehr. Ich wünsche dem ganzen Team, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich Toi 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 für den Restart und alle Delta Friends, wir sehen uns bald im Delta Möbel. A presto. Ciao, ciao.